Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in einer etwas anderen Umgebung. Heute sind wir mal nicht im Studio, heute sind wir ein bisschen unterwegs. Wir haben heute einen Gast bei uns, den Herrn Gielen von der Firma Rhino Products Europe. Der Herr ist aus den Niederlanden extra angereist, damit wir heute mal etwas in Vital über die Rhino Produkte reden können, besonders über das SafeStove hier, über die Leitersicherung oben auf dem Fahrzeug. So, jetzt sind wir am Heck des Fahrzeugs angelangt. Bevor wir gleich etwas im Detail in das SafeStove 4 eingehen, noch ein paar Informationen vorab. SafeStove 4 gibt es in zwei verschiedenen Längen, in 2,20 m und in 3,10 m und in vier verschiedenen Ausführungen. Entweder für eine doppelte First Leiter, besonders für Dachdecker geeignet, für eine einfache Leiter, für zwei Leiter nebeneinander oder für eine extra breite Leiter. Weitere Vorteile vom SafeStove 4 präsentieren wir euch jetzt, während wir das ganze System einfach mal zeigen, wie es funktioniert. Herr Gielen, Sie dürfen. Okay, vielen Dank. Also das System ist jetzt verriegelt. Wir haben hier die zwei rote Hebel, die kann man runterziehen. Wir liefern mit dem System so einen Verlängerungsstab. Man zieht das System aus. Das ist die gewünschte Länge. Also da ist ein Stopp, dass das auch nicht weiter nach innen fährt oder rollt und kann das System dann einfach nach unten drücken. Das ändert in dieser Position. Wir agieren gerade gezeigt, dass es SafeStove 4 wirklich sehr einfach zu bedienen, um die Leiter vom Dach des Fahrzeuges runterzubekommen und nachgetaner Arbeit natürlich auch wieder aufs Fahrzeug rauf. Das Herzstück bei SafeStove 4 sind die beiden Gasdruckfedern, die universal einsetzbar sind für alle Längen und alle Gewichte von Leitern. Das heißt, der Gasdruck sorgt dafür, dass die Leiter ganz entspannt vom Fahrzeug da runterkommt und danach wieder eingeklickt werden kann. Neben dem Stock liefern wir auch so eine Rhino Leiterklemme dazu. Damit können Sie das System noch zusätzlich oder die Leiter zusätzlich nochmal verriegeln. Die Leiter wird dann komprimiert auf das System und ein weiteres Vorteil ist, dass Sie das am Abend abschließen können. Wenn Sie die Leiter nachgetaner Arbeit hier wieder aufbewahrt haben, dann ist das System kinderleicht mit einem Finger auf dem Dach zu heben. Das geht eigentlich fast automatisch. Und können Sie einfach mit etwas Druck das System auf das Fahrzeug ziehen. So, wir sind mittlerweile fast am Ende des Videos angekommen. Herr Gielen, fest nochmal die Vorteile vom SafeStove hier zusammen. Also am wichtigsten ist, dass man mit beiden Füßen auf dem Boden eine Leiter sichern kann und dann später auf dem Dach heben kann. Ein universales System für alle Leiter geeignet und damit denke ich, dass SafeStove 4 die beste Wahl ist. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Alle Produktgeteile zum SafeStove 4 verlinken wir unter dem Video. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 후 Mhm aus GORDON く